So Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde Animemes, heute mit einer Special-Ausgabe, denn heute gibt es nur One-Piece-Memes und OP zu dem Tee. Ja Freunde, das war der Moment, wo OPT seine coole Begrüßung machen sollte, aber leider, naja, hat er vergessen mir sein Video zu schicken und hat genau an diesem Wochenende sein PC aufgeräumt, weswegen er die Datei nicht mehr hat. Und ja, wir haben kein OPT-Facecam, aber wir haben seine Audio, deswegen machen wir trotzdem weiter. Also ich bin so gespannt, also sowas habe ich noch nie selber gemacht auf YouTube, deswegen bin ich maximal gehypt. Die Frage ist eigentlich, ob ich dir mittlerweile das Passwort geben soll für den Luffy-Kanal, weißt du? Ja, bitte. Das ist die Frage, die ich mir wirklich stelle. Leute, wir haben jetzt zwei C-One-Piece-Memes von Zielen am Start, wenn ihr mehr solcher Special-Dinger sehen wollt, auch mit Tee, äh, mit dem guten Tee. Der Tee hört sich so wack an, aber Tee hört sich geil an. Mit dem guten Tee, äh, dann schreibt es rein und wir gehen rein in die absoluten Memes. So, POV, wie knapp habe ich meinen Abschluss geschafft? Ja, da wurde damals der andere 4,0-Schnitt rausgehauen, Alter. Bei mir war so eine Katastrophe, wirklich. Hattest du Kufer mehr, kennst du das noch? Nee. Wenn du mit allen drei Hauptböcher drei hast, hatte ich nicht gehabt. Alter, das hatte ich auch nicht, ich hatte vier. Vier war mein Motto. Oh Mann. Das ist so ein Hund, ne? Oh mein Gott, ey. Einfach K-Pop-Luv und Baby-Theoretiker. Okay, wie sich Lehrer fühlen, wenn sie entdecken, dass zwei Schüler die gleiche Lösung haben. Bro, okay, das ist nicht random. Bingo. Achso, Digger. Shake sagt, dem er und Ruffy sich nach allen Jahren wieder treffen. Gib mir den Hut! Gib mir! Achso. Gib mir den Hut? Ich, ist das Essen heiß? Meine Mom? Nein. Ich nach einem Löffel? Meine inneren Organe. Achso. Eins zu eins, Digger. Eins zu eins. Ihr wisst doch nicht, beim lieben Theoretiker ist es auch so. Der ist wirklich, also egal wie heiß es ist, wenn er das Essen bekommt, isst er es einfach auf. Da habe ich schon den einen oder anderen Eindruck erlebt, den ich nicht mehr aus dem Kopf rausbekommen habe. Das ist so krass, ich habe manchmal echt Verbrennung im Hals und am Daumen und so. Ja, aber da sind immer die anderen schuld. Wenn dein Bro ein Mädchen klären will, aber direkt von ihr gekopft wird. Er, er, er ist gestorben. Er ist stehen gestorben. Er ist stehen gestorben. Ey, die Deutsche Synchro, oh mein Gott, die haben mich gerade gekickt. Ey, diese Black mit Synchronstimme, die war zu wild. Ich dachte gerade, das war fast Fandom, das ist wirklich so wirst. Oh, er ist gestorben. Okay, eine Wand. Right, just wanted to show you this quick tip. Ace, oh ja, es muss doch ein Ace sein. Es ist so dreckig, Alter. Oh Mann, immer diese Donuts und Löcher und so. Oh nein, wenn man ohne nachdem und wie strikt, ey, ich kenne den Clip nicht. Ich auch nicht. Aber irgendwo liegt das Gold und sie wissen wo. Das sagen sie jetzt. Ey, lacht. Das sagen sie jetzt. Was? Einfach Roger. Du sagst, dass du One Piece schaust. Okay, er steht einfach rum. Was für One Piece schaust, lieber Naruto? Okay. Hä, was, auf was gehen wir jetzt hinaus? Ein Gummi-Typ als Hauptcharakter? Ja, die Leute, die es nicht ernst nehmen. Schau, Silber, du wirst da zu viele folgen. Der Klassiker. Die böse Wichtigkeit kann man doch nicht ernst nehmen. Oh nein, oh, der ist ganz böse. Ja, das ist ein Take, den haben viele. Ey, dieser Take, ne? Ich kann den nicht mehr. Freund, Bruder, ich habe so eine geile Child geklärt. Was wirklich passiert ist. Was kommt denn jetzt? Oh nein. Mein Freund und ich werden wir beim Schwarzfahren erwischt werden. Das ist so lang her. Oh, was? Achso, die Namen. Achso, ja, ja. I'm a Ronin. Immer, ey, das habe ich wirklich mal gemacht. Haben deinen Namen einfach rausgehauen. Perso habe ich nicht dabei, kein Schülerausweis. Ich kann nichts sagen. Ich bin Justin oder irgendwas habe ich gesagt. Aber später dann war dir egal, ne? Auf der anderen Seite des Meeres. Ja, ja, alle rein da, komm. Schenks, Bruder, was machst du überhaupt? Kommt doch mal öfter vor in One Piece. Leute haten schon. Schenks. Und wer irgendwas macht, ne? Ich werde auf nichts antworten. Ob die Leute mir schreiben, Kommentare machen, dies, das. Die sollen einen Diss-Drag machen, der 40 Stunden geht. Ich werde nichts machen. Ich werde ein Bild von einer Blume posten. Achso. Ey, diese Take von Manuelsen, Digga. Ja, ey, Digga. Ich sage es zu Manuelsen, ist für mich mehr in der Anime-Community mittlerweile integriert als wir beide. What my classmates and I think of ourselves when the teacher calls us the worst class ever. Aua, ey, ringer, ringer, ringer. Ey. Immer, ey. Ey, immer, ne? Ihr seid die schlimmste Klasse. Immer, ja. Aber ihr wisst, immer C waren die Klassesten, ne? Alle anderen waren scheiße. Immer C. Du warst bestimmt so ein A-Kind, ne? So 7 A. Ey, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ey, ey, ey. Es ist zu lange her. Aber gut, ich sage mal so. Wenn die Zeit eher näher daran ist, dass der eigene Sohn in der Klasse kommt, als dass man selber in der Klasse war, ne? Und das ist halt true, wirklich. Wie mich mein Bruder... Wenn mich mein Bruder jeden Tag nervt, weil er nichts zu tun hat. Ah, Digga, der hat die Szene, ich kenne die Szene. Ich schwöre, das bin ich. Ey, ich bin nur wirklich so auf den Sack gegangen damals. Eins, eins. Oh, der Ugly Ace. Okay, das hat er nicht gesagt. Aber ja, Ugly Ace. Du Mistgeburne, Arne. Stimmt. Oi, oi, oi. Fünfjähriges Ich, als ich das erste Mal einen Center-Schock ge... Oh, ey, Throwbacks. Ganze Fresse zieht sich zusammen. Die sehen doch ein bisschen sauer in sich, die Dinger. Okay, wenn jemand ein schlechtes Bild von dir hochlädt. Ey, das fühle ich auf emotionalem Level. Ey, Hubertus of Sunji ist echt a different breed, Alter. Ich sag's dir, we got the highest Bounty. Ey, die Arme. Ey, die haben Tookdie live. Tookdie live. Tookdie live. Ey, das ist stark. Die haben Roger umgebracht. Das ist echt stark. Oh, die Legende, Junge. Ask the question. Who is One Piece? F***, wie er das gerufen hat. Oh, ey, das ist die Legende, Alter, ehrlich. Mein Mein Gott hat doch Flimbo, love for real. Yeah, I gotta teach you how to say it in French. Ja, das hab ich gesehen, sogar. Mongeur de Schneck. Mongeur de Schneck. Ja, das hab ich gesehen. Ey, so flawless, ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Okay, wenn mein Bruder, äh, Brother arrives in Episode 483 of One Piece. Das ist die Echtheid, oder? Achso, er weiß schon, was Sache ist, ja, ja. Und der zockt weiter. Okay, die... Oh, yeah, Baby. Oh, yeah. Ey, guck mal, wie geil er aussieht. Ja, wie er den schwingt. Wenn man sich schon gefreut hat, weil sie sich einen Zopf bindet, aber dann joggen geht. Alter, die Caption schon geil. Oh, ja, ja, ey, die Szene war so krank, ey, er hat sie einfach weggepuncht. Was sind das zu Memes, Alter? Ey, ohne Scheiß, das Video hat er so angefecht, ist okay, die sind jetzt vielleicht nicht so krass. Mit der Weile, Alter, was für Premium, Premium Clips, ey, meine Fresse. P.O.E. Wurde Kaidos Drunk-Ass-Sorten, wenn ich fett auf Sky Island. Achso, das Lachen sogar mit integriert. Alter, ey. Okay, wenn du endlich die Mücke findest, achso, die ich letzten zwei Stunden nicht schlafe. Ey, mal fängt die dir die Zeit an, ich kann nicht mehr, ne? Oh, ey, ich hab's so keinen Bock, Mann. Ey, man, what the fuck is Mario Gita? Ey, Gott, du bist... Ey, es ist wirklich auch einfach ein geiles Gefühl, sag ich dir ehrlich, weil normalerweise Leben, Leben, Last, aber ey, wenn die sich so abfuckt, was würdest du tun? Du hast keinen anderen Ball. Ey, das Ding ist, bei mir gibt's immer Reverse-Rache, weil ich mach die immer an der Wand kaputt. Und dann hab ich nen Flag, Digga. Wow. Weißt du? Reverse-Rache. Ja, und dann bin ich am Ende, Digga, Arsch, weil ich nen Blutflag an der Wand hab. Wenn deine Freunde peinliche Dinge erzählen, die du gemacht hast, und sie einfach nicht aufhören können. Auf der letzten... Stop! Sei still! Ihr immer, wenn ihr alte Videos reinschickt und Discourse-Digger einzahlen. Ja, ja, der OPC, der disconnectet uns immer wieder. Dieser Reaktionswechsel? So krieg ich dich also auch nicht. Also keinen Sinn, wenn ich dir deine anderen Freunde zeige? Darauf fällst du wohl auch nicht rein. Wie cool der ist! Ey, insta! Schon wegen cool. Das wärst du wohl gern. Es ist so dumm, dass sie wieder zu lustig ist. Wenn sie sagt, dass sie wieder Single ist. Oh, was kommt denn jetzt? Die Brass Assemb... Oha! Die DMs leiden. So, so! So, so! So, so! Piovi, du bist in der Türkei und der Verkäufer merkt, dass du aus Deutschland bist. Wohl auf den Arm nehmen! Guck mal! Wow, her damit! Finger weg! Bescheiden haltest nicht grad seine Stärke! Du Hirni, jetzt hat er die ganzen Klunker gesehen! Ist doch egal, der kriegt sowieso nichts davon ab! Haha, das nenne ich eine Überraschung! Also, das macht dann zwei Millionen Berry für zwei Jagara Bulls! Ist das nicht ein bisschen übertreten? Na, eigentlich sind's fünf Millionen! Das ist wo, weil du misst gern! Geil! Diese Stimme, Digga, von Lyssop! Ich denke, wenn ich die Stimme von Lyssop höre und dann an Butters aus South Park denke, dann dreht sich mir alles, Alter! Was? 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 I'm gonna kill someone! Ey, das ist der Albtraum! Wirklich, das ist der Albtraum! Aber es ist nicht... Es wird nicht passieren! Niemals! Niemals wird das passieren! Aber, wir können ja schon bald sehen, was das Ende von One Piece ist, bei dem Video vom lieben OPC, was er mittlerweile schon hochgeladen hat, zu der künstlichen Intelligenz! Wäre das ziemlich peinlich, wenn das Video hier rauskommt und das Video von dir nicht online wird! Warum ist es? 100%ig! Ist online? Okay, dann müssen wir schreien! Also OPCs, bedanke ich mich für deine Zeit! Wenn ihr mehr sehen wollt von auch dieser Kombination, lasst es mich in den Kommentaren wissen! Dann können wir gerne nochmal so ein Part machen! Ansonsten, wie immer, lasst nur noch oben da ein Abo auf den Kanal! Wir sind damit raus! Bis zum nächsten Mal! Ciao, tschüss!